guten morgen leute es ist kurz nach fünf und ich bin mal wieder auf twitter live nur audioübertragung mal gucken genau nur audioübertragung ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten morgen ich werde dieses video auch in facebook teilen ich hoffe es geht euch allen gut heute ist wie gesagt donnerstag der 16. mai 2019 das und lassen wir mal weg und ich höre gerade bb radio ganz leise im hintergrund legt das handy auch weiter weg ich habe mir heute mal einen kaffee gemacht mit meiner schönen kaffeemaschine mal wieder und das ist natürlich ich meine ich finde diesen filter einsatz gut das selbst gefilterte und werde ich auch oft benutzen aber ich muss gestehen dass ich morgens wenn ich ja habe ich entspannen will man macht vorher den kaffee zurecht am tag davor und dann schaltet man am nächsten morgen einfach nur die kaffeemaschine an und das ding läuft das ist schon wirklich also ja erst geteilt so viele varianten kaffee zu machen padmaschinen kapselmaschinen handfilter normale kaffeemaschinen damit den kaffeegrund als türkisch sagt man ja dazu und ja auch schön dass es so viele möglichkeiten gibt ich trinke jetzt mein kaffee hintergrund spielen die katzen gerade die eine trinkt und es wird ein guter tag heute glaube ich alexa spielmusik von sven heidenreich das wird doch lieber spielt meine musik genau das ist mir doch sicherer ja leute so ist das ja denkmal ich werde jetzt öfter twitter nehmen gerade morgens wo ich noch in unterhosen bin und so ist es mit der audioübertragung ganz gut ich beschwögere dich wird ein schöner dach heute ein schöner dach ja 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 Ich gespür dich, Traumfrau, hörst du mich, Traumfrau, es ist vergangenen Zeit. Vielen Dank. Es wird langsam Zeit. Traumfrau, hörst du mich, Traumfrau, es wird langsam Zeit. Traumfrau, hörst du mich, auf jeden Fall wird es ein schöner Tag heute. Es regnet, habe ich gehört, also wir haben heute Regenwetter, aber was soll's, muss ja auch was ein. Die Pflanzen brauchen das ja. Ja. Lassen wir das Video noch ein bisschen laufen. Kameraausfrau, bis jetzt, mit 6, 2, Aktionen zum Video, Teilnehmer, Aktionen zum Video, Anzeige live. So. So. Kameraausfrau, bis jetzt. Heute Anfrage gewendet, Teilenanfrage gewendet, 6, 59. Ja. Die Zeit vergeht. Alexa, wie spät ist es? Ja, auf jeden Fall, ich will das Video jetzt mal beenden, weil ich jetzt Radio hören möchte. Dann hören wir uns, Leute. Ich werde das Video, wie gesagt, auf Facebook teilen und überhaupt. Ich werde das Video stoppen.